Reaction auf meine Kopfsammlung vom lieben Carbonsmoke aka Flo aka Shisha-Kabinett. So Freunde, ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie schon im letzten Video angekündigt, heute gibt es direkt hinterher das Video zu meinen ganzen Köpfen. Wir sind ja hier... Auch Flo, erstmal 50 Hyphens. Und ich zeige euch einfach mal, was hier so abgeht. Ihr lernt mich in Bezug auf Five ein bisschen näher kennen. Und da fehlen natürlich auch die Köpfe. Ich fange einfach von links nach rechts an und zeige euch einfach mal, was ich denn so hier habe. So, in dem allerersten Regal, wie schon im letzten Video angesprochen, habe ich erstmal ganz oben ein paar Displayköpfe. Köpfe, die ich eher weniger benutze, beziehungsweise nicht häufig rauche, sondern eher primär für Bilder benutze. Also man sieht auf jeden Fall direkt, Flo hat von den Köpfen, die er mag, direkt viele. Gut, die Oblakos hat er jetzt gesagt, sind Display. Aber unten sehen wir direkt irgendwie ein paar Moon X Treasure, wir sehen ein paar Wandenberg, wir sehen viele Touren, wir sehen sehr viele Hyphens. Aber so overall sind das eher relativ wenige Modelle und Marken. Aber dann von den Modellen und Marken, die er hat, direkt mehrere Varianten. Aber nehmen wir mal nicht zu viel vorweg. Und zwar sind das hier auch alles Kollaborationsköpfe. In dem Fall Oblaco Chowacco. Oblaco Dosha in Weiß. Oblaco Dosha in Schwarz. Bonschwerkbund Flat ist es, soweit ich weiß. Dann nochmal ein Bonschwerkbund Flat. Dann haben wir hier den allerersten Oblaco Flow. Dann haben wir noch einen Oblaco Flow. Oblaco Flow in Kooperation mit dem John Caliano Festival. Und dann haben wir noch einen Oblaco M, auch wieder mit dem John Caliano Festival. Dann kommen wir zu der Ebene, die darunter liegt. Da habe ich erstmal drei Moon Treasure in Kooperation mit dem russischen Blogger Kitty, sobald ich weiß. Dann Huka I'm Popo. Dann haben wir vier Vandenbergs in vier unterschiedlichen Colorways. Hier vorne steht der Oblaco Stone. Ein Oblaco, der in my opinion etwas underrated ist. Super Kopf für den Preis auch. Ganz oft im Angebot schon gesehen für 10, 15 Euro. Super solider Kopf für den 10er Safe. Dann haben wir hier hinten noch einen Kopf stehen, den wahrscheinlich nur ganz, ganz wenige auf dem Schirm haben. Und zwar ist das der Huka-Werk Yeti. Sehr, sehr zu empfehlen. Sehr, sehr kleines Depot. Vor allem in Kombination mit dem X-Huka H&D, mit dem etwas kleineren. Super Funktion. Ich habe den Kopf nicht, aber das stelle ich mir auch sehr gut vor. Passt super gut. Und mit dem kleinen Depot trotzdem sehr, sehr ergiebige Sessions. Gehen wir direkt wieder ein Stockwerk tiefer. Haben wir ganz hinten den Touren. Mr. Darkleaf, auch ein Kopf, der in my opinion ziemlich underrated ist. Sehr, sehr wenig Verbrauch. Kleines Depot, habt ihr auch schon gesehen. Funktioniert, obwohl er so klein ist. Mit Nagrani, AO-H&D, Onmo, etc. Aber auch sehr, sehr gut mit dem X-Huka-H&D, dem neuen H&D. Machen wir hier direkt weiter. Hier haben wir diverse Touren-Modelle. Einmal den Lux M, Lux L, beide den Lila-Colorway. Dahinter haben wir den Touren in Kooperation mit Shades zusammen. Und dann noch den Touren Rocks. Ein Modell, was glaube ich auch erst letztes Jahr rausgekommen ist. Als nächstes haben wir den Glied. Gerade der Shades-Touren, sehr, sehr wild. Dina Alien, auch ein Kopf, den nicht so viele auf dem Schirm haben. Auch wieder relativ kleines Depot. Funktioniert auch wieder sehr, sehr gut mit dem kleineren H&D von X-Huka. Aber auch mit etwas größeren H&Ds wie Nagrani AO-9112. 912, wahrscheinlich 912, 912. Verkennt ihr den AO-9112. Und dann kommen wir direkt weiter. Da steht dann hier noch der Touren Morningstar. Das ist der Touren, also das Touren-Modell mit der Lippe, wo der H&D sich einsetzt. Daneben haben wir einen Alpaka, den ich so auch noch nie gesehen hatte. Ist das ein Unglazed Egi? Bei der Shisha-Messe, da habe ich ihn nämlich auch gekauft. Und zwar in dieser rostbraunen Optik. Wow, das sieht ja sehr, sehr, sehr wild aus. Ganz gewöhnungsbedürftig. Ich weiß noch nicht, ob ich es sehr geil oder sehr scheiße finde, muss ich ehrlich sagen. Komplett rau. Sehr, sehr geiler Kopf. Das sieht auf jeden Fall krass aus. Im Gegensatz zu den deutschen Produktionen, die mir leider nicht mehr so gut gefallen, wieder etwas massiver und dicker. Hat wieder ein gutes Gewicht. Wenn wir dann die Reihe hier noch etwas weiter gehen, sehen wir hier den Shishaya-Badge 4. Dieses Sondermodell, was rausgekommen ist, weil es eine Überbestellung bei Shishaya bzw. Shisha World gab. Weswegen sie dann im Nachhinein die Leute, die überbestellt hatten, den normalen Badge nicht mehr bekommen haben, diesen Special Colorway bekommen haben. Und dann habe ich noch den Wandenberg V2. Auch ein Kopf, der dieses Jahr erst auf der Messe präsentiert wurde. Also manche Colorways vom V2 finde ich wirklich extrem hässlich. Also auch der Colorway, wirklich absolut nicht meinen Geschmack. Es gibt wunderschöne Colorways, sowohl beim V1 als auch beim V2. Aber der zählt da für mich nicht dazu. Aber gut, das ist immer Geschmackssache. Nachdem der V1 ja so erfolgreich war, kam der V2 raus. Etwas größeres bzw. deutlich größeres Depot. Gutes Ding, finde ich. Ein bisschen zu großes Depot. Aber es gibt bestimmt auch hierfür Leute, die... Safe. Also wenn ihr mehrere Sätze an Kohle verrauchen wollt oder ihr mit Freunden zusammen an der Pfeife raucht, kann der V2 sehr interessant sein. Die den präferieren oder sehr, sehr gut finden. Ich rauche ihn jetzt nicht so häufig. Und wenn wir dann hier runterkommen, haben wir hier nochmal zwei WTO-Köpfe. Einmal diesen riesigen. Die sind wirklich optisch einfach scheiße. Ich finde die einfach hässlich. Diesen Kopf hier ausprobiert von WTO. Einen wirklich extrem großen... Haha, Flo, Grüße, Minion. Großer Kopfbrecher mit gar nicht so großem Depot. Also wenn man den hier erstmal so in der Hand hat, denkt man krass großer Kopf. Aber Depot ist sehr, sehr eingeschränkt. Aber allein die Größe... Also ich glaube, ich habe gar nicht den ganz großen. Ich habe den eine Nummer kleiner von dem WTO-Funnel. Aber sogar der sieht bei so vielen Pfeifen schon wirklich so scheiße aus, dass ich ihn einfach nie rauche. Und kleiner, als man erwarten würde. Aber sehr schönes Detail ist natürlich, dass hier das Funnelloch oben diese kleine goldene Krone hat. Finde ich ganz cool. Bringt natürlich absolut nichts. Also bringt gar nichts, aber sieht cool aus. Und im Vergleich zu dem mittleren Modell, was für HMD ausgelegt wurde, es gibt noch ein ganz kleines. Das ist dann für Alu ausgelegt. Im Vergleich gar nicht so groß das Depot. Dennoch auch beides super Köpfe, muss man nicht unbedingt haben. Bringt wirklich keinen besonders großen Mehrwert mit sich. Außer es ist eine absolut riesen Pfeife und du willst einen Kopf, der dazu passt, proportionsmäßig. Dieses Modell hier rauchen mit guten 20 Gramm. Das war es dann schon mit dem ersten Regal und wir gehen direkt weiter. So Freunde, ein bisschen komische Perspektive. Aber damit ihr die Köpfe hier oben auch sehen könnt, habe ich mal die Kamera ein bisschen... Siehst du mich noch, Kamera? Hallo? Hochgestellt, wir machen direkt wieder weiter. Digga Flo, wie viele Hyphens hast du mittlerweile? Und zwar fange ich hier oben mit einem Kopf an, der ein absolutes Highlight für mich ist. Und zwar der Kong, der für Union produziert wurde, für die Union Argument. Geiler Kopf, funktioniert auch ziemlich gut dafür, dass er so viel Masse hat, der benötigt. Und ich will jetzt aber gar nicht... So viel Masse, ich finde ihn gar nicht so massig. Also der ist riesig, aber der ist halt hohl. Und ich finde ihn von der Performance her nicht so krass. Der ist akzeptabel, würde ich sagen, von der Performance für mich. Ein Yankee hieß der dann auf jeden Fall. Aber ich würde dem Flo da vertrauen. Und ein etwas kleineres und ähnliches Modell gibt es inzwischen auch von Vyro und auch Hukain. Ich habe jetzt hier beispielsweise den Vyro. Ähnlicher Aufbau. Ein Kopf, der designt wurde für Travelpfeifen, der besonders klein ist. Hier vorne auch mit Imprint von Vyro in dem Rio Colorway heißt der, glaube ich. Relativ kleines Depot, lässt sich super aufstecken, um einen Kopf für To-Go zu haben. Gerade für kleine Pfeifen ist schon extrem geil. Haben Sie sehr, sehr zu empfehlen. Dann machen wir weiter. Hier ganz hinten ist der Moon Flat, den ich euch auch in meinem Video die besten Köpfe slash HMDs meiner Meinung nach gezeigt habe. Weil das ist diese super Flat-Variante. Davor habe ich den X-Hooker V2. Der V1 war mir ein bisschen zu tief. Mit dem V2 wurde das Problem behoben. In einem sehr, sehr schönen Colorway, wie ich finde. Fand ich auch besser mit dem flachen Depot. Dann machen wir weiter. Dahinter liegen die diversen Alpakas. Alpaka Huacaya Shallows heißen hier inzwischen. Beziehungsweise das sind inzwischen die Shallows, die mit weniger Verbrauch. Ich habe jetzt hier diesen Colorway. Dann habe ich den Vintage, den Black und den ganz weißen dahinter. Wenn wir dann hier weiterkommen... Was hat er geploppt, Flo? ...habe ich... ...habe eventuell einen alten, der ist nicht hohl. Ah, okay. Krass. Ja, meiner ist hohl. Dann hast du echt einen alten. Fehler? Fehler? Okay. Ich war ein bisschen verwirrt. Oblaco. Eigentlich ein Kopf, der ja hier drüben auf dem Regal der Collectibles stehen sollte. Dadurch, dass es aber ein Meerloch ist und ich den nicht mal mehr für Bilder benutze, steht er hier oben. Ich habe Meerlochköpfe noch nicht ganz abgeschrieben. Ich kriege es aber nach wie vor nicht richtig hin, die zu bauen, dass sie zufriedenstellend für mich sind. Deswegen steht er hier oben. Dann habe ich hier den Gravel stehen. Ein Kopf, der inzwischen auch schon ziemlich lange auf dem Markt ist, den wir auch alle hier kennen sollten. Dahinter steht ein Colors. Das war dieser aus der 500 Pieces Limited Edition. Sehr, sehr geiler Colorway in diesem Metallic Stone. Sieht echt geil aus. So Metallic-Lasur und unten so eine Marmor-ähnliche Optik, würde ich sagen. Und davor steht... Running Gag-Wales in jedes Video random einen Plop einbauen. Ja, das ist sehr wild. Mein letzter gebliebener Lit-Lib. Ich hatte leider mit einigen Lit-Libs bei mir das Problem, dass sie sehr, sehr dünnwandig waren. Bei dem ist das nicht so. Gefällt mir auch ziemlich gut. Super Allrounder-Kopf mit wirklich relativ kleinem Depot. Kann man auch sehr empfehlen. Angekommen in der Reihe darunter. Man kennt es. Meine Sammlung der Shishaya-Hyphen-Eycans. Sehr, sehr wild. Ich bin ja sehr, sehr großer Fan des Shishaya-Hyphen. Ist auch wirklich ein unglaublich schöner Colorway von diesem Kopf. Nach wie vor eines allerersten Modells, was sich dann immer weiterentwickelt hat. Hier sieht man die Entwicklungsschritte. Inzwischen sind wir schon fast wieder bei dem 1er. Beziehungsweise sind wir sogar inzwischen wieder schon. Sehr, sehr guter, sehr empfehlenswerter Kopf. Wenn ihr die Hände daran bekommt, dann auf jeden Fall mal zulegen. Und ein witziger Hyphen ist auch noch dieser kleine. Sorry dazu. Alex und ich waren bei Shishaya-World zu Besuch. Haben uns mit dem ein bisschen unterhalten. Und da haben sie uns auch diese kleinen Köpfe gezeigt. Da wird jeweils einer in so einem kleinen Modell, in dieser kleinen Version, zu den normalen anderen Versionen rausgegeben. Was die dann eigentlich immer Sammeln hinstellen. Ich habe die Saison gesagt, hier, in meiner Sammlung würde der sich sehr gut machen. Daraufhin habe ich diesen weißen bekommen. Ein Icon gab es leider nicht. Und ja, der steht hier. Wenn wir uns dann mal hinter die Hyphens begeben. Ich räume sie mal ganz kurz alle zur Seite. Dann sehen wir das besser. Und zwar habe ich hier drüben... Der Stone in die letzte Ecke gewandert mittlerweile. Einen meiner letzten Stones, die ich überhaupt noch hier unten habe. Neben einem anderen, der noch hier oben steht, kommen wir auch noch dazu. Und zwar dieser blaue Colorway. Man kennt leider das Problem mit Stones, dass die sehr, sehr tiefe, teilweise tiefe Depots haben. Und dass Leute online bestellen. Auch in meinem Gutscheincode wieder schreiben. Ey, tut mir leid, aber ich schicke den zurück. Der ist scheiße. Wann machst du mir den empfohlen? ETC. Leider gibt es sehr krasse Schwankungen. Ich würde solche Köpfe, solche Premium-Köpfe von Stone nur lokal kaufen, wenn man die sich vorab noch in Hand angucken kann. Aber ich habe mir hier... Das ist wirklich ein guter Tipp. Also Stone ist schon geil. Also Stone ist überragend, wenn du wirklich einen guten erwischst. Dazu kriegen, wenn du online bestellst, sehr schwierig. Deswegen würde ich da dem Flo hundertprozentig zustimmen. Und einen Stone für absolute Enthusiasten kann man mit in die Sammlung holen, wenn man den offline kauft und sich dementsprechend schon sicher ist, dass da ein HMD drauf passt und dass das Depot nicht unglaublich tief ist. Bei UNL, als ich bei ihm war, diesen rausgesucht, finde den vom Depot ziemlich gut. Und deswegen ist der aber noch in meiner Rotation und auch in diesem Regal drin. Danach haben wir einen Kopf von Target, eine Marke, die irgendwie total unbekannt ist auf dem deutschen Markt. Aber schon lange vertreten. Und zwar geht es dabei um diesen. Ich weiß gar nicht genau, wie der heißt. Der hat ein relativ kleines Depot. Auch sehr zu empfehlen. Ziemlich ergiebig. Den mag vor allem der liebe David sehr gerne. Daneben hat... David ist der Kumpel, mit dem Flo ab und zu Videos macht. Haben wir nochmal einen Huacaya, allerdings nicht in der Shallow-Variante, sondern den mit dem tiefen Depot, das... Ey, habe ich gerade neben mir steht. Der Konfetti heißt der, glaube ich. Rauche ich nicht so oft. Depots mir da ein bisschen zu tief. Und auch noch diesen hier. Ich glaube, der heißt Cupcake. Auch nicht in der Shallow-Variante, sondern mit dem tiefen Depot. Dazwischen haben wir noch den Gliener Harmony stehen. Auch einen Kopf, den ich sehr, sehr häufig in der Vergangenheit geraucht habe. Inzwischen nicht mehr so oft, aber auch sehr, sehr zu empfehlender Kopf. Und meinen Preispunkt von im Angebot 15 Euro super zu empfehlen. Als letzt... Also 15 Euro ist das ein sehr solider Kopf. Würde ich aber heutzutage auch nicht mehr empfehlen, weil schon ein bisschen Tabak rein muss. Von der Performance her aber hervorragend. Das haben wir in der Reihe den M.I.T. Also türkische Marke M.I.T. So heißt die. M.I.G. aus Türkei. Wirklich, also made in Turkey. Und das Modell ist der Suh, glaube ich. Wenn ich... Ihr könnt mich auch sehr gerne allgemein korrigieren, wenn ich die Namen falsch nenne oder sie gar nicht nenne. Das ist der Suh. Auch sehr, sehr ergiebig. Super Kopf. Wenig Depot, kleines Depot und gutes Ding. Das war es soweit mit diesem Regal. Und wir schauen uns das Regal hier oben zuletzt noch an. So Freunde, und jetzt kommen wir zum letzten Teil meiner aktuellen Köpfe, die ich so in der Rotation überhaupt drin... Wirklich Flos Tabakregal mit dieser unglaublich schönen Sortierung, ne. Und alles umgepackt. Ist so geil. Ich finde es so nice. Ja, weil die unten sind und nicht verstreut auf dem Dachboden oder am Keller. Ja, und zwar kommen wir da zu Köpfen, die... Ich mache Auge auf die Kelloggs, auf die Reese's Puffs. Ich in der Regel eigentlich nie benutze, die ich aber eventuell hin und wieder mal ausprobiere, Setups ausprobiere, die Freunde gerne hier benutzen und deswegen noch hier sind oder auch... Das Blob ist jetzt schon legendär. War das schon wieder eins? Jetzt habe ich es nicht gedacht. Mal ausprobiere, Setups ausprobiere, die Freunde gerne hier benutzen und deswegen noch hier sind oder auch die Lea sehr, sehr gerne benutzen. Flo, was hast du gemacht? Warum sind da einfach Blobs drin? Geil. Das ist jetzt einfach ein Ratespiel. Das ist wie die Gimmicks bei keinem Konzept, wo er immer die Streamer verarscht, die drauf reagieren. Gibt es jetzt bei dir das Plopp-Game? Bis jetzt hatten wir zwei im Video, glaube ich zumindest. Lea sehr, sehr gerne benutzt, wie unter anderem die Oblakos-Dier stehen. Wenn wir mal hier hinten anfangen, habe ich hier einen Kopf, dessen Namen ich gar nicht kenne, der in Kollaboration... Auch ein sehr, sehr schöner Kopf. ...Eyesmoke damals rausgekommen ist. Guter Kopf, mir ein bisschen zu großes Depot, aber manchmal, wenn man sich den Kopf teilt, nicht schlecht. Dann, wie schon angesprochen, haben wir hier drei Roblako stehen. Einmal wieder ein Doschroblako, den habe ich in meinem Paket noch dazukommen. Deswegen steht der auch noch hier. Diese hier, die rauche ich in der Regel nicht wirklich, sondern sind einfach nur Ausstellungsstücke, beziehungsweise benutze ich für Bilder. Ich will die hier nicht rauchen, sondern lege einfach immer nur H&D drauf für die Optik. Von XXX Lutz sind die. Damit sie erst gar nicht anfangen zu bluten. Wie gesagt, Doschroblako. Oblako Mono, mein allererster Oblako, den ich jemals hatte und der nach wie vor wirklich super funktioniert. Der sieht auch schon sehr gut geraucht aus. Der blutet, auch immer noch einige Köpfe gesehen hat. Dahinter dann noch ein Somo Oblako in Gila. Dann haben wir hier einen Kopf, den ich früher auch sehr gehackt habe, den Solaris Funnel. Allerdings für mich ein bisschen zu tiefes Depot, deswegen... Echt, sein Solaris Funnel so tief? Meiner ist, glaube ich, gar nicht so tief. Meiner geht, glaube ich, klar. Nicht so häufig benutzt. Dahinter haben wir den Oblako Stone in der Meerloch-Variante. Dann kommen wir zu dem angesprochenen Stone-Thema. Hier hinten haben wir einen Stone, den ich auch früher sehr häufig und oft geraucht habe, aber irgendwie ein bisschen Lust daran verloren habe. Inzwischen Depot mir ein bisschen zu tief und ich benötige einfach keine Köpfe für Sessions mit eineinhalb oder auch zwei Stunden, weswegen der eher weniger benutzt wird. Dann haben wir hier vorne einen Kopf Sense Cup Sense. Bin ich auf den Trichter gekommen wegen Hendrik. Ich habe den bei ihm geraucht. Ich muss sagen, Sense habe ich auch ein paar Köpfe von, bin ich nicht überzeugt. Sind nicht übel, aber sind auch nicht krass. So Mittelmaß, würde ich sagen. Ich finde die Standard. War sehr, sehr gut. Ich dachte, ja, vielleicht schafft er es bei mir auch. Er hat es einmal geschafft. Und seitdem steht er auch hier oben. Wenn wir dann hier weiter rüber gehen, habe ich zwei Meerloch-Köpfe. Einmal den Pot von Hukain. Wie gesagt, irgendwie bin ich noch nicht so ganz warm geworden mit Meerloch. Die nehmen nochmal Meerloch, gleiches Thema. Dahinter stehen zwei Masons. Einmal den Deutschland-Mason, der vor einer der hässlichsten Köpfe, die jemals gemacht wurden. No Front an die deutsche Flagge, aber das sieht aus, als hättest du irgendwie einen Kopf in den Kindergarten gestellt und dann hättest du gesagt, komm, mach mal an, Chantal. Zwei Jahre oder so rausgekommen ist. Rauche ich auch nicht, aber es sind einfach schöne Ausstellungsstücke. Deswegen, der hier steht. Daneben steht nochmal ein Mason in diesem Diesel-Colorway, ist es, glaube ich. Dahinter habe ich den Sunray. Den raucht auch Lea sehr, sehr gerne. Hat nicht so ein ganz großes Depot. Lässt sich super bauen. Super-Hitze-Eigenschaften, aber irgendwie optisch nicht so ganz mein Fall die Farben. Weswegen der auch nicht so häufig benutzt wird. Und hier einen Shishway-Haifen aus Batch 5 tatsächlich. Den der gute David sehr gerne raucht. Ich aber irgendwie nicht so, weil ich dann lieber zu dem Icon, zu dem hellen Blau greife. Der, was trotzdem noch hier ins Esszimmer bzw. Arbeitszimmer geschafft hat. Und der allerletzte Kopf ist Eigentouren. Nicht der Touren, ich kenne das Modell tatsächlich auch wieder hier nicht. Ich habe den mal vom Dachboden runtergeholt, um den mit dem X-Hooker-H&D zu testen, auszuprobieren, wie er läuft. Bin allerdings noch nicht dazu gekommen. Deswegen wartet der hier auch noch vergeblich auf seinen Einsatz. Und damit sind wir jetzt auch tatsächlich alle Köpfe durchgegangen. Sehr wild und sehr, sehr coole Kopfsamlung.